hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu seven days to die dabei im streit gegen die zombies sind der velcry und der awo moin 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 so hast du noch ein kopf was du mitbringen solltest du? so äh cobblestone frame cobblestone und concrete mix 20 concrete mix ein bisschen cobblestone und ich bring dir ein bisschen mehr mit den hast du ne ich brauche nur 20 concrete mix ganz sicher? ja zwei cobblestone frames beim cobblestone selber bin ich mir nicht sicher bring mal vorsicht aber geht sich mit besorgt auch noch mehr bandagen die braucht ihr bandagen habe ich dabei besorgt ja keine bandage aber ich habe einer immer in der tasche ja und die fünf ohne blutungsstellung naja also wenn du vom spucker erwischt wirst dann kann es schon mal sein dass du auch ein bisschen heilung brauchst aber ja so ich wollte noch was essen ja sofort ich wollte noch was essen ja da will ich auch gerade hin ich mache euch mal eben beide leise irgendwie ich habe das gefühl abo ist und ich bin hier irgendwie auf den lautstärkeregler gekommen ach du wolltest auch noch was essen ja kann es ran ups da sind sie ja schon jetzt hat er sich ausgegessen ab nach oben ab nach oben und lichter machen und gucken ich hoffe die kommen aus der richtigen richtigen richtung diesmal frames und abo ja ja warte mal die kommen schon wir können jetzt sowas noch nicht suchen also sie kommt ja fast aus der selben richtung wie letztes mal ja 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 nicht zu überhören auch das geht aber auch ja na nö da spuckt er direkt schon ah da ist ein spucker ok mhm spucker unten voll ja die spucker zuerst ne ja ja wo ist das laut bei euch auch oder ich bin doch auf dem lautstärkeregler gekommen erzähl mir das dann nicht also ist bei mir auch echt laut ich weiß noch nicht wo da ist er bei uns ah ok setz dich mal hin dann kannst du schneller hinter die rüber hinter die dinger drüber aber bist du erst total entspannt ne oder ja ja aber es funktioniert ne mit dem schrägen die wir da gesetzt haben dass die uns nicht mehr die blöcke zerkloppen jetzt ja ja ersten färbel mhm brauche ich nicht wollen wir uns die aufheben weil die droppen ja tolle waffenteile die fahrer als ja ja die würde ich mir bis morgen früh ruhig aufheben und geht die werden uns schon nicht so viel kaputt machen auf die kannst du sogar sehr gut mal die knüppel gehen wenn die am boden liegen und krabbeln ich bin grad voll konzentriert der fällt aber auch nicht um der explodiert schade ich kann den verraten mal mit ein paar pfeilen ins bein schießen dass du hier mal anfangen zu krabbeln in der sphärin hier ranz fliegt aber ja dann versuche ich auch gerade das einmal umfangen oh neuer spucker vorsicht der ist auch aktiv schon bei euch wo ist er denn also er spuckt auf euch der kommt ja in der mitte ja ich sehe schon ich habe es gemerkt oder sagen wir es mal so ich habe es geschluckt alter ist das laut ja jetzt sollte so jetzt will ich aber auch gerne noch mal ein bisschen die pfeile los hören könnte der faral hier unter mir mal in die knühe gehen das wäre ganz reizend ganz stroberhaft ich will aber da mal den arten dicken aber da unten nach oh mein bogen ist leer schön den kann ich auf kurs wo wechseln oder kann ich eigentlich auch mal auf dem bogen wieder wechseln ich schieße die ganze zeit mit der rufel ja ich bin zu viel aufbogen aber es macht einfach viel mehr spaß was macht mehr spaß mit der weifel mit der weifel ja wie gesagt man kann zu dritt schon unmenge an munition verschießen ja ja klar aber auch unmenge an zungen an zungen wenn ich sehe was hier unten los ist ja aber momentan also ich verschieße es nicht meine macken munition gerade weil es geht ziemlich entspannt gerade ja spucker da kann man zum beispiel mit der weifel drauf schießen dass die steuer weg sind zwei spucker ja ich nehme den hinten setz dich ruhig hin und gehen ein bisschen unter die iron bars dass du durch die iron bars durchschießt dann könntest du die hinks so weit die spucker wechseln wir nach vorne ne dann hauen die purgels uns nicht ans haus ach scheiß von misse verdammt ich muss nachladen Die hat mich runtergekloppt von 100% Leben auf 9, weil ich konnte sie nicht hören. Ich habe auch 9 abgekriegt, ich habe sie nicht mal gesehen. Die klettern hier langsam über die Leichenberge. Die backen sich hier so ein bisschen hoch. Ich schieße mal in die Beine, dass er aufhört zu laufen. Da ist noch ein Spucker noch, ja? Ja. Fuck. Noch steht er drum rum. Ah, jetzt läuft er. Ist ja der richtige Betrieb in der Kasse hier. Ja. Was machst du denn da? Guck mal, die Spiders kommen alle auf dieser Seite an. Guck mal, hier liegen nur Spider-Zombies auf der Seite hier. Der hat sich abgesprochen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die hier... Da kommen ja noch welche. Oh nein. Blödes Arsch für sich. Das ist ein ganz schöner Haufen Knochen, den wir da gleich kriegen. Ah ja. Ja. Da wollen die. Warte mal. Jetzt legen die hier alle schon vorzeitig hin. Treppe ist ja nicht mehr. Vielleicht, oder? Ja. Wir sauen einem voll den Spaß. Na vor allen Dingen, breffe sie dann nicht mehr. Weil sie ja unter den Leichen liegen. Mann, ist das ein Leichenwerk hier. Mann, da ist noch eine Schwester, die erlöse ich mal irgendwie. Oh, äh. Oh, dann zeig ich den Hund. Der lebt's aber noch. Was mich aber erfreut ist, ähm... Hier legt grad nix. Hier legt grad nix, meine ich. Nee. Nee, bei mir auch nicht. Obwohl wir schießen ja auch einen nachher mal so ab, ne? Die Farals, die, ähm... Da freu ich mich schon auf den Loot. Dann kann ich vielleicht noch meine, meine Magne mal verbessern. Weil die ist nur grün. Ja, die Verteidigungstechnik, die ist gar nicht mal übel, ne? Zumindest funktioniert sie ziemlich gut. Oh, neuer Spider. Oh, ich hab keine Pfeile mehr, wie schön. Ja, ich hab auch nicht mehr viele. Hätt ich den anderen Bogen gar nicht herstellen gebrauchen. Ach, komm doch mal mit hier, Farai. So willst du es doch auch. Jaja, so fängt das denn immer an. Kann man denn gezielten Bein abschießen? Nee, ne? Ah, doch, kann man. Hat funktioniert. Lässt doch nicht mit den Farbwärts kurz warten. Bis wir runter können. Wobei, das sieht grad so aus, als könnten wir. Ja. Ganz schön ruhig geworden. Nee, warte mal. Ich geh noch nicht runter. Was lebt denn hier noch? Die Farbwärts. Die Damme ist tot, ne? Ja. Ja, wenn jetzt nur noch Viecher kommen, dann... Ich schieße gerade noch den Farbwärts weg. Ich versuch's mal, okay? Ich geh mal nach unten. Okay. Dann loote du schonmal und wir schießen hier die Farbwärts runter. Ja. Gibt's einen anderen Ausgang? Nee, ich muss den normalen Vorderausgang nehmen, ne? Ja. Okay. Dann... Oh, hier vorne an meiner Ecke liegt ein Vögel, ein toter. Ich bin auch nicht. Und die anderen? Ich bin auch nicht. Und die anderen? Nicole, wenn du möchtest, kannst du auch runter. Äh, ne, ich bleib lieber hier oben. Okay, dann nimm bitte die Würfel in der Hand, dann geh ich mit runter. Jupp, in der Hand. Jetzt will ich mich gleich mal um die noch lebenden Farbwärts kümmern hier. So, der Bogen kann weg, der kann auch weg. Na, ich würde erstmal die schon tot nehmen, dass wir die gelutet kriegen. Nein, ich lute gerade noch die Toten schon, ja, ja. Oh, die fangen jetzt auch schon alle an zu verderben hier gerade, aber nicht alle. Unsere Futter. Auf einmal geht das dann sehr schnell, ne? Ja. Ja, vor allem. Ich zerschlag die auch noch nicht mit der Axt, weil das ist jetzt Zeit, die man sich sparen kann. Ja. Sieht aber ziemlich aus da bei euch gerade. Mhm. Die Farads kommen gar nicht zu mir. Ne, die sind auf dem Call fixiert. Ja, seid ihr meine Babys, ne? Ne, die sind halt unheimlich langsam auf dem Stacheldraht, das ist es. Das sowieso. So. So. Jetzt komme ich nicht... Wieso komme ich eine Farad nicht dran an? Verdammt. Muss ich es so machen. So. 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 Haben die meistens dabei. Ja. Oh, wir haben was für einen Raketenwerfer gehabt, ein Teil. Okay. Hier ist noch irgendwo einer. Oh, ja. Ich sehe hier einen. Oh, hier ist auch noch ein Toter. Und wir. Deshalb muss der hier erstmal weg, der hier ist. Da liegt nämlich noch ein Tod herum. Ja. Okay. Sauber. Ja. Und... So. Oh, Stacheldraht. Dahinten kommt noch einer. Ähm, ich... Sie kommt auch nicht mehr. Sie hat es sich anders überlegt. Oh, da ist noch ein Farad. Das ist aber lieb von ihr. Ja, oder? Ja. Die ist auch ein bisschen kopflos gerade. One-Shot-Head-Shot. Wie das halt mit den Mädels manchmal so ist, ne? Die sind so manchmal ein bisschen kopflos. Äh. Ja, manchmal. Das ist noch schon. Los. Weg. Ja. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie der Wärter im Knast, der seine, äh, Knastis beim Steine klopfen beobachtet. Ja, ich tue... Los, Lungs, schneller! Mich gerade ein bisschen durch die, äh, Zombies. Ich ziehe nach irgendwie meinen Feralentoten irgendwie rumliegen, ey. Oh. Was? Hier unter mir. Wo kommt ein Stück... Wo kommt ein Stück Metall hier weg? Loote den mal, wenn du, äh, oder bist du nach oben? Ich bin oben. Ach, hier! Ah, da! Meinst du den, wo ich gerade bin? Ja, genau, den meine ich. Okay. Ich... Ich passe hier oben auf und, äh, er schieße nach so klar. Was verdammt? Ich bin voll. Ja, ja, ich auch. Aber wir haben doch hier quasi fast alles gelootet. Ich... Geh mal kurz rein und, äh, dann hole ich den Rest, die Restknochen. Oh, da seh ich noch was. Ganz kurz eben ein, zwei Sachen wegbringen. Ich bin sofort wieder da. Military Boots. Gut, ich denke mal, ich kann den jetzt auch runterkommen, ne? Die kann ich sogar runterkommen, ne? Ist ja nix mehr, ne? Ach so, da solltest du jetzt ganz sicher sein, sag ich mal so. Da muss ich, glaube ich, keine Gedanken machen. Schade, irgendwie kann ich die dann in Magnum teilen und auch gar keine blauen bekommen. Nur gelb und grün. Ja, ich hab, ich hab einen blauen Grip und einen grünen Zylinder und noch einen gelben Grip. Ah. So, AK-47 Receiver. Der hat uns nicht gefehlt. Schade. Also wir müssen hier auf jeden Fall wieder eine Menge Stacheldraht neu machen. Ja. Aber ich würde mal sagen, ist ganz gut gelaufen. Ja, ich gehe gleich wieder in die Mine und besorge uns noch ein bisschen Metall. Ein paar von den Irons müssen wir neu setzen. Oh, die haben uns doch so ein bisschen an der Wand rumgekloppt, die Viecher. Wenn jemand Militärstiefel haben, ihr habt für euch beide Militärstiefel. Ja, ich hab schon. Echt? Ich hab an. Blau und grün? Ich hätte blau und grün anzubieten. Gelb. Ich hab gar keine Stiefel an. Bonisse. Bonisse. Ich weiß nicht, ich höre sie nur. Ich bin noch drinnen gerade. Ah, da kommt sie. So. Was soll ich denn? Schieß runter. Schon nicht. Was soll ich denn mitbringen? Mal Holz oder? Ja, Holz, ne? Ein bisschen Concrete Mix, ein bisschen Holz, ein bisschen Stacheldraht. Ähm. Und, äh, Iron Scrap. Scrap Iron. Ein paar Spikes kannst du auch noch mitbringen. Ja. Ähm. Moment. Concrete Mix. Okay, so. Äh, ihr habt, äh, eine Range und so habt ihr, ne? Ja. Oder einen Claw Hammer, ne? Irgendwie. Moment, schau ich. Ja. Ich hab da auch einen Claw Hammer gehabt. So. Hast du sie gefunden, die, die Trudige Tante? Ich hab in, äh, in einer Kiste, also in einer Krampfkiste hab ich einen Claw Hammer gesehen. Ne, ich mein die. Huah. Ach so, wir konnten immer noch keine herstellen, ne, Claw Hammer. Das war's, ne? Ne, genau. Wir konnten immer noch keine herstellen. Hab doch keiner im Buch gefunden dafür, glaube ich. Oh, ist da noch jemand? Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Wo häng ich fest? Komm her, komm her, komm her. Hau fest. Ich bin gestunt. Ich brenne. Das könnte sein, dass es ein regulärer Zombies, der jetzt kommt. Oh, ne, ich brenne auch. Ja. Ähm. Wasser trinken. Ja, kann man sich jetzt so schnell nicht fragen. Hast du, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du Abo? Da ist ja noch einer. Uuh. Verdammt, ich hätte doch oben bleiben sollen. Ja. Ich bin dort. Ich hab auch wieder nicht aufgepasst. Draußen. Ja, warum? Ich war hinter dir. Ich hab dir eben den Arsch schon gerettet, bei dem ersten Zombie. Aber warum läufst du denn nicht weg, wenn Spider auf dich zukommt? Weil der noch krabbelt. Uff. Der hat dich gekillt. Ich war hinter dir mit der Knarre. Ja, der hat mich gekillt, weil ich nicht auf meine Dinges geachtet hatte. Ah. Ah, das ist ein Muss. Ich hatte zu wenig Leben, hab ich nicht drauf geachtet. Na, ich war gestart. Ich kam nicht weg. Große meinen Rucksack. So, fünf Sekunden noch. Also, ich bin draußen und ich hab den ganzen Krams, den ihr wollt, dabei. So. Hier ist noch irgendwo eine Kreische. Über ein Spider. Oh, und ich bin wieder gestunnt und ich finde meinen Rucksack nicht. So, jetzt laufen darf ich nicht mehr, das ist ja auch schon mal gut. Mir kann's momentan ja egal sein. Ich kann nicht tiefer als 70 fallen. Ja, aber ich finde meinen Rucksack gerade nicht. Oh, Schwein. Schwein, 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 Schwein. Schwein. Oh, Zombie. Dann geh ich doch. Schwein hat Glück. So richtig Schwein hat das Schwein. Wo ist denn jetzt hause? Ach, da oben. Ja, ne, jetzt lass mich hier nochmal. Hier ist irgendwo... Nest. Eine Kreischerin. Echt? Und da zwar jetzt höre ich irgendwie auch was. Aber ich seh sie nicht. Das klingt nach Spider, aber eher. Okay. Und da zwar jetzt höre ich irgendwie auch was. Da ist es der hier. Also es ist für mich sehr leise. Ich höre nur die Schüsse jetzt von euch gerade. Na, ich bin gleich erstmal da. Meine Fresse, leck mich am Arsch, du kleines dreckiges Mist. Kackvieh. Jetzt krepier. Geh mir nicht auf den Sack. Meine Fresse nochmal. Mist. Bist du ein ganz klein wenig... Nein. Ich hab Sachen zum Reparieren dabei, ne. Wenn ihr eure Sachen wieder gefunden habt und einsatzbereit seid, ne. Nein. Einfach herkommen. Ich bin da, wo die ganzen Zombies lagen, ne. Ich bin schon am Reparieren gerade. Ja. Ja. So. So. Auf jeden Fall hab ich jetzt keine Probleme mehr mit dem Hunger. Das ist... So kann das natürlich aussehen. Ich hab gerade noch was gegessen. Ein bisschen ärgerlich. So. Das ist dann natürlich auch Verschwendung. Wenn du gerade erst gegessen hast, das darfst du noch nicht machen. Sag mal, sollte... Die... 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 Achso, wer ist denn das hier? Xyra. Jetzt bin ich. Was hättest du ganz gerne? Gib mir, was du mir geben möchtest. Ich tue, was immer mir gesagt wird. Ich geb dir mal... Hey, pass mal auf. Du kriegst erstmal ein paar Spikes. Dann kriegst du ein bisschen... Ein bisschen Eisen. Dann kannst du ein bisschen Concrete-Mix kriegen hier. So. Kalanischaden. Und... Ein bisschen Holz. So 1000. So. Okay. Alles klar. Achso. Du kannst auch noch kleine Spikes abholen. Ne, die stelle ich eben schnell hier auf. Das passt schon. Ähm... So. Sag mal... Es kann ja sein, dass die... Wir haben jetzt... Dazu müssen wir sagen, wir nehmen diese Session 6 Folgen auf. Oder? Ja, machen wir. Ja. Ja, es ist jetzt die vierte. Also... Das ging ja nun mal nicht anders wegen der Ferralhorde. Und jetzt aufhören wir aber auch blöd. Und... Ja. Ähm... Es könnte sein, dass die Alpha 15 vielleicht schon rauskommt, wenn die anderen beiden folgen. Man weiß es ja nicht genau. Ja. Ich weiß es nicht. Die können dieses Wochenende kommen. Die können das nächste Wochenende... Also das, was jetzt für die Zuschauer jetzt kommt, das Wochenende. Da kann sie kommen. Weiß man nicht genau, ne? Ähm... Oh, hier sind noch Stahl dran. Wir wollten... Ja. Ist nicht alles kaputt. Ähm... Wir wollten, ähm... Von der Idee her, ja, äh... Versuchen, die Basis hier zu übernehmen, ne? Au, au, au. Ja. Von der Idee her, ja. Müssen wir halt einmal die Region... Ja. Wobei ich mir ja denken kann, also da müssen wir mit rechnen, dass... Wenn wir... Könntest du da mal weggehen, Abo? Und wenn du mich, äh, hier rauslässt, dann kann ich das. Ja. So. Kein selbe Problem wie du. Oh, scheiße. Ich will hier weg. So, aua. Jetzt eben. So langsam tut es aber auch weh hier. Ähm... Wenn die an dem Rand am Torrent was geändert haben, oder... Werden sie. Eben. Dann wäre anzunehmen, dass, ähm... Unsere Region vielleicht nicht mehr so cool hier reinpasst, ne? Also das müssen wir dann sehen, wie es aussieht, ne? Weil gerade sagen, das sehen wir dann. Das sehen wir. Also es kann natürlich vorkommen, sowas, ne? Dass das schwierig aussieht. Vielleicht ist hier auch Schnee. Oh, nee. Das wäre doof. Wieso? Weil wir haben dann natürlich... Wieso? Wir haben unsere Regiondateien in unserer Regionsdatei. Bleibt das, ja. Eben. Bleibt das, Biom, ja. Wir müssen nur auch dran denken, wenn die Alpha 15 raus ist, ähm... Das alte Haus, wo wir drinnen waren, wird eine andere Region sein. Das heißt, das sollten wir komplett erstmal leerräumen. Ach, da ist ja glaube ich aber auch nichts wirklich drin, was die unbedingt brauchen. Also das können wir... Wegen mir kann es auch so weg gleich direkt. Also weil... Ich glaube nicht, dass wir es jetzt brauchen. Ich weiß jetzt nicht, was ich da noch in der Kiste drin hab. Ja du, aber wir haben... Du. Wie im Keller. Alles, was du seit zwei Jahren nicht mehr benutzt hast, kann eigentlich auch in den Müll. Ähm... Das ist die Art und Weise, wie ich meine Sachen teilweise irgendwie... Wo ich mich von Gegenständen trenne. Das kenn ich, das kenn ich aber auch, die Methode. Also... Die Methode wäre bei mir nicht ganz so gut. Wobei ich hab immer ein Jahr. Ich hab immer ein Jahr. Alles, was ich ein Jahr nicht gebraucht hab, das kann weg. Das wäre bei der einen oder anderen Sache bei mir gar nicht mal so dolle. Ah. Okay. Weil das steigert erst mit der Zeit seinen Wert. Tee, also wenn du dann eine wertvolle Briefmarkensammlung hast, die wird jetzt angeleckt und benutzt oder die kommt weg. So einfach ist das. Ne? Abo. So einfach. Nein, die wird jetzt angeleckt und benutzt und kommt. Und abgestempelt, damit so besonders viel wert ist. Ich finde jetzt so dieses Detail, die wird jetzt angeleckt, finde ich sehr schön. Ja. Das war mir irgendwie klar, dass du dich daran jetzt festhältst. Das ging mir ums Detail. Um gar nichts anderes. Ja. Es ging mir ums Detail. Das glaube ich dir sogar. Ach guck mal. Vorne waren sie ja auch ein kleines bisschen. Oder das war ein anderer. Ich entleere mich mal gerade. Auch ein schöner Folgendes. Ja. Xyra und der Blick fürs Detail. So was hat sie tatsächlich. Übrigens. Ja. Sowieso. Ja. Habt ihr auch von diesem Militärfiber irgendwo da? Da haben wir ein bisschen was unten im Keller, in der Kiste. Mhm. Mal mit in die Stoffkiste reinlegen, weil damit werden sowas wie die Militärboots und sowas repariert. Ja. Deswegen lege ich das direkt dort mit rein. Sag mal, von dieser anderen Gebäudeseite, die sind nicht ums Haus und zugelaufen. Der Koffi ist alles heile. Ne, ne. Die haben sich halt auf uns konzentriert. Naja. Deswegen haben wir auch immer so wenig zu reparieren. Das ist noch schade. Wir hätten das Ohr auf der anderen Seite setzen sollen. Hätten noch mehr Spaß gehabt. Die können ja nicht immer aus dieser Richtung kommen. Die kommen auch bestimmt mal. Die glauben gar nicht, was die alle können. Die kommen auch bestimmt mal. Also ich habe jetzt meine Horden, die ich hatte. Also Tag 35 hatte ich ja kürzlich. Die kommen immer aus einer anderen Richtung. Also wirklich jetzt nicht komplett in einer anderen, aber schon. Ja, überraschend. Überraschend. Ich halte immer wieder. So. So. Jetzt, wo wir einen Kalibber haben. Was wollen wir denn machen dann als nächstes? Müssen wir dann mal besprechen. Der war repariert. Repariert ist jetzt. Wir haben jetzt Ruhe. Wir könnten Ausflüge machen vielleicht mal oder so. Ja. Das könnten wir zwar. Wir könnten jetzt auch endlich mal das Dach fertig machen. Ja. Dann ist nicht mehr reinregnet. Das stimmt. Da hast du allerdings auch recht. So. Das könnte man natürlich auch machen. Das Dach fertig machen. Schmiede. War das eigentlich gerade ein Hinweis auf die Zeit, was wir nächste Folge machen? Oder war das jetzt nur so eingeworfen? Ich habe mal eben kurz geguckt, das ist jetzt bei 25 Minuten schon. Ich habe aber gesagt, es geht so lange, wie es geht. Aber letztendlich, die Horde ist ja jetzt um. Ne? Jetzt gibt es ja gerade nichts Spannendes mehr. Aber nächste Folge wird ganz spannend. So. Richtig super spannend. Die müsst ihr sehen. Ihr müsst einfach. Genau. Das ist, wir werden keine Ahnung. Ansonsten habt ihr euer Leben verwirkt. Nächste Folge wird Xyra uns was über die Hundewelpen erzählen. No. Nicht? Das ist einfach so süß. Ja. Wir kommen mehr in der nächsten Folge. Aber erst nächste Folge. Erst nächste Folge. Ja. Gut. Ach so. Aber wie gesagt. Ferran Horde gut überstanden. Ach doch, klar. Doch. Es gab Tote. Ja. Ganz schreckliche Sache. Das war eigentlich gar nicht tot. Das war nur dahin geraten. Ja. Das war ein kleiner Anfall von Tod. Aber wir rechnen damit, dass da jetzt noch dann Spider-Zoom mit an der Dackel kommt. Ihr seid nicht an der Horde gestorben. Nein. Das kann man euch eben nicht nachsagen. Das stimmt. Aber das wäre auch eine Kunst da oben. Ja. Da wollte ich da was rein tun. Ja. Wir hätten ja bei Minuten noch erwischt werden können. So. Denn ich packe mal unsere ganzen Spikes und sowas wieder zurück hier. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh tschüss. Ich habe jetzt mal in die... Hä? Naja. In die obere Kiste gegenüber von Gamefire. Ja. Ja.